ARD Text im Auftrag von Funk Jeden Tag, wenn du deinem Haus verlassen hast, gibst du mehr, als du dir erinnerst, wer du bist und was du machst. Ich kann dir sagen, was du für ein Leben machst. Schau an mich, es sind Menschen, es sind PR, es ist Marketing, es ist das, was du machst. Ist das, was du machst? Es ist ein Fasch. Es ist ein Fasch. Es ist ein Fasch mit speziell Denim. Du hast das, was du machst. Du hast das, aber du hast das, aber du hast es geschafft. Ist das richtig? Ja. Fantastisch. Oh, mein Gott. Was ist das, was passiert? Der Paukenschlag! Einen people, der Paukenschlag. Obwohl die westliche Presse seit Monaten den haushohen Sieg der Demokratin Hillary Clinton angekündigt hat, gewinnt Donald Trump die Präsidentschaftswahlen. Okay! Sie haben festgestellt, was passiert. Ich sagte, wenn ich die 10.00 Uhr bekomme, dann ist es so. Hat er festgestellt? Absolut. Sag es, Brad. Verstehen hat eine andere Stärke. Der Typ hat festgestellt. Er hat nur ein Foto in den Gold. Okay, wir gehen mit. Paul-Olivier Duet. Paul-Olivier Deuay, ein Mathematiker, der sich für Datennutzung interessiert, erzählte mir von einer seltsamen britischen Firma, die weltweit personenbezogene Daten in Wahlkämpfen und Kampagnen einsetzt. Sie ist im militärischen Bereich aktiv und heißt Strategic Communication Laboratories. Heute nennen sie sich Cambridge Analytica und arbeiten an Kampagnen für den Brexit und für Trump. Und für Donald Trump. Jetzt wird Donald Trump bezahlt ihnen 5 Millionen Dollar im September allein, in der Hoffnung, dass sie den Profilen alle bis zur White House nehmen. Jetzt was? Diese sind mehr Ray-Line für Computer-Topografie-Scams. Hilfe, Ray! Bitte nicht, du schaffst nicht, du schaffst. Es war nur ein Schock. Hilfe sind die Milliarden von Daten, mit denen sie unsere Persönlichkeit präzise erfassen können. Dieses Profiling der Bevölkerung fürchtet man in Europa mehr als in den USA. Ich denke, was für uns sehr interessant war, ist, für uns war wirklich interessant, wie ein Militärunternehmen die psychologische Kriegsführung erforscht und sich dann für Wahlkämpfe interessiert. Und dann geht es um die Wahlkampagnen. Ein Teil meiner Familie waren Nazis, der andere waren Juden und Sozialisten, die umgebracht wurden. Viele Deutsche haben die großflächige Datenerfassung der Nazis noch im Kopf, um Juden zu registrieren und in die Konzentrationslager zu schicken. Und sie zu den Konzentrationslager zu schicken. Nämlich? Zucker, Helena. Zucker, Helena. Das ist nichts Neues. Schon Regens Wahlsieg 1980 beruhte auf psychometrischen Daten. Aber damals mussten Testpersonen für ihr Profil noch Fragen beantworten. Aufgrund der individuellen Menschen. Sie haben die größten und schuldigsten Aspekte der menschlichen Natur gesammelt. Sie seien sich als eine private Person? Ja, ich glaube so. Haare. Was denkst du über Jared Leto's Haare? Wollt ihr das? Warte, warum hast du das gefragt? Warte einen Moment, was? Es gibt zwei Autoren, die seit Jahrzehnten darüber schreiben. Eine Frau namens Shoshana Zuboff schrieb über das Phänomen der kommerziellen Überwachung, also nicht zur Kontrolle wie im Kommunismus, sondern als profitables Geschäft. Aber als ein Geschäft, ein profitables Geschäft. John Anderson, probiere einen, wie du. Du kannst einen Guinness-Writerin benutzen. Der zweite Mann ist ein Italienerfassung. John Anderson ist ein italienischer Ökonom und Kommunist. Er heißt Franco Berardi und vertritt die Theorie, dass es dem Kapitalismus zunächst um die physische Welt ging, während er heute auf unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Innenwelt abzielt. alles, was internal ist. Ich bin selbst Ökonom und in meiner Jugend habe ich viel Science-Fiction gelesen. Da wurden all diese Dinge schon ausgebreitet. Die Preisdiskriminierung, die Nutzung verhaltensökonomischer Erkenntnisse, um Menschen anzusprechen und die Idee, gezielt Individuen anzusprechen. Schau mir alles, was du jetzt hast. Die Science-Fiction-Literatur scheint jedoch nicht die spezielle Verflechtung soziopolitischer und technischer Aspekte bei Big Data vorhergesehen zu haben. Oder etwa doch? Ja, das ist falsch. Das ist... Das sind... Das sind meine Gedanken. Das sind meine Gefühle. Du... Du kannst nicht! Du bist tot! Du bist tot! Jetzt können sie uns sehen. Jetzt können sie dich sehen! Ich bin tot! 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 Sind Sie sicher? Ich bin tot! Ich bin tot! Nehmen Sie Dinge wie... Das sind Romane, die mit dem Konzept von Big Data spielen. Aber deswegen ist ihre Zukunftsvision nicht unbedingt negativ. Das sind große Daten gemacht. Schau sie auf den Tod, damit sie intravenöslich auf das Leben gefordert werden können. Die Matrix ist eine computer-generativen Traumwelt. Er ist gebaut, um uns unter Kontrolle zu halten. Um ein menschlicher Mensch zu verändern. Schauen wir uns mal an die letzten 24 Stunden. Die meisten von deinen Interaktionen befinden sich zu deinem inneren Zirkel. Und sie sind... Entschuldigung. Das ist eine Fiktion, die Grenzen auslotet. Das ist eine Fiktion, die Grenzen auslotet. Wenn Sie Cyberpunk-Literatur lesen, ist nicht immer ganz klar, an welchem Punkt das Individuum endet und wo es beginnt, in der größeren Gemeinschaft aufzugehen, also sich in Informationen aufzulösen. Wenn die Welt aus Daten besteht, sind wir keine Individuen mehr, sondern ein Code. Wir haben keine Ahnung, wie viel Daten wir jeden Tag produzieren. Das ist unsere Gesellschaft schlussendlich. Ich bin nicht nur einig. Ich bin nicht nur einig. Nein, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, wie viel Daten auslöst. Wir haben keinen Ahnung, wie viel Daten mit dem Thema. und schützen die Datenströme, die Datenströme. Aber wir müssen verstehen, wie man die Ströme nutzt und die Kontrolle darüber gewinnen. Synthetische Emotionen in Form von Pille, Psychologische Wettbewerb, in Form von Advertisement, Räumwäsche-Seminare, in Form von Medien, in Form von isolierten Blumen, in Form von sozialen Netzwerken. und leicht einzuordnendes Modell. Das ist Hauser. Du bist nicht du, du bist ich. Keine Scheiße. Wie fühlst du es? Individuelle und Kollektive. Das müssen wir begreifen und uns zurückholen, was uns gehört. Damit die düsteren Zukunftsvisionen nicht wahr werden. Und alle, die kämpft. Und alles, was zu kommen. Und alles unter dem Sonnen ist in der Tür. Aber der Sonne ist ein Blumen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017